hallo leute da sind wir wieder bei diesem komischen accordion was auch die wellen töten ich wollte gerade rüber hüpfen ich kann mein schild nutzen kann sich hinter mir verstecken rüber na klar warte ich komme gleich rüber ich warte die welle ab ich war davor bis zuvor mich gesprungen so nach der welle jetzt so einen kleinen radius haben wir das schon mal gut so schnell links oder rechts wibbelsäule ist mir gar nicht von der 3 ach jetzt machen die keinen schaden mehr das ist beides für chrissi nein ich will nicht ich will aber nicht kannst du von in der mitte stehen und dann links und rechts ich glaube das ist leichter dann ach das war zu spät so ach so du bist schon rüber da ach so so du musst links nehmen links ja Wir sind wirklich in der Hülle. Eke, wir sind tot. Wir sind verhungert. Wir sind einfach reingeschlafen. Wir haben unsere Tochter im Stich verlassen. Oh nein. Also da würde er passen. Wir sind alle entführt. Okay. Total Sinn. Ja, klar, klar, klar. Okay. Oh, scheiße. Okay, wollen wir erst die rechts retten. Ach so. Die Dinger müssen wir einsammeln. Okay. Kannst du dich mal bewegen? Danke. Okay. So. Ach so, da. Oh, ich bin an einer vorbeigerauscht. Gibt's noch irgendwo eins? Moment, ich muss höre. Hahaha, ich bringe Viecher um. Nix, sorry. Was ist denn das? Oh, guck mal. Hier ist ein Schalter. Also du sollst erst alle ein. Okay, wir sammeln alle ein. Was? Was? Das ist ja für beide Tünen, glaub ich. Und wo hast du den Schalter? In dem kleinen Tunnel da unten. Bringe Viecher um. Ah, da oben ist noch eins. Ich würde sagen, es fehlt doch noch eins. Aber da kann man gar nicht hin. Hallo? Na doch. Na doch. Na doch. Na doch. Okay, den Schalter brauchen wir später, glaub ich, oder? Ich weiß es nicht. Brauchen wir den Schalter später? Na. Wir können die Tür so öffnen. Ich weiß nicht, wofür der Schalter unten ist. Ja, wieso bist du ganz zurück? Orientierung verloren. Oh. Okay, retten wir die ersten. Oh. Vor Fliegen und Schwein. Wo sind die Wolken? Oh, jetzt hast du sie zum Wein gebracht. Ja, aber so haben wir gesehen, dass die da unten sind. Okay. Tut mir echt leid. Ich muss die leider zum Brennen bringen. Achso, und du musst sie bewegen. Wo hast du die dann hinbewegen? Naja, ich bring sie zum Weinen und dann wird der Nebel weg. Ich muss sie einfach rumschieben. Welche bewegst du denn gerade auch die hier? Okay. Lass uns missen. Ich muss sie einfach rumschieben. Ich muss sie wissen, welche ich an... Na, dass sie sich muss. Komm, hol weiter. So, hol du auch noch ein bisschen. ich habe einfach alle wolken würde auch gerne herumschubsen aber kann ich nichts warte du holst hier nicht mehr so könnte mal heulen du holst auch nicht mehr ich habe sie gerade rum also die die mich heute haben wir können jetzt weiterholen der x welcher spielst du denn idean wollen war und man muss doch mal jetzt mal ja wir müssen unten in dem boden komplett frei machen also wir müssen den schlüssel finden da ist irgendwo da versteckt nur da ist doch was hat er unter das ist doch schon was ausgestattet Prozent ich habe noch ausgelassen 5 die Leitung und guck mal wie ich nicht mehr zu finden aber auch was was war sie tut ja ob alle glaube ich getötet er war gerade neu in musiknoten ich habe es gesehen der müssen wir mit dem wollten weiter und gehen nur die wolken können da ich bin ich in der anderen richtung und nicht sagt dahinter ist es gesehen nur das war gar nicht mehr was zu gehen immer kurz bei dem anderen auf der anderen Seite ist ja auch noch so eine grüne Plattform aber kann auch sein dass da noch mehr von den die ich hier rauskommt was weiß ich bald hier unten das fliegen ist irgendwie kann man nämlich auch so da der einatmen schlüssel ach falsche taste jedes mal so wo kollege wer hat er jetzt den schlüssel bleibt stehen da ist der schlüssel nein ich habe die schüssel fast gefangen aber ich möchte ich haben zu schützen bist du bei mir scheint hier ich habe den schlüssel hier aber ich kriegte ihn der verfolgte ich komme einfach hierher zum zum schloss die haben keine kürze und keine füße interessantes so kristen so jetzt müssen wir die andere seite retten wo war das hier unten hier unten ist irgendein schalter so können wir beide irgendwas machen ach komm leck mich ich dachte irgendwas wichtiges ach da unten ich bin die dinger die ganze zeit um ich bin die die ganze zeit um ich bin die ganze zeit um und 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 ich 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 wo müssen wir jetzt fahren ich habe mich ablenken was Hi. Wir schon wieder. Gib mir den Schlüssel. Ja, viel Spaß. Ja, viel Spaß. Oh. 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 Einfach alle töten, damit wir hier mehr Platz haben. Oh, ich war zu tief. Da, der hat einen Schlüssel. Bleib mal stehen, Kollege. Seh dich. Da, einen Schlüssel habe ich. So. Ist das der andere Schlüssel gewesen, den ich gerade erschossen habe? Ja, oder? Ja, wir haben beide Schlüssel. Gut. Ich bin zu tief. Das war einfacher. Ja. Ach. Guck mal, diese Kopfluft. Wie wollen die singen ohne Kopf? Das ist ein Orchester, die singen nicht. Warte, ich spiele. Stimmt doch. Ja. Ich vergaß. Achst, wen willst du vergasen? Ich vergaß. Wem willst du vergasen? Das ist doch krass. Ja. Oh, wir müssen beide hier sein. Okay. Ach, du musst auch singen. Ja. Ich dirigiere. Für die gute Idee. Es gibt nichts, was ich will. Nicht sicher. Nein, 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 nein. Es wird nicht gut sein. Es wird nicht gut sein. Es wird ganz gut sein. Es wird fantastisch. Ja, ja, ja. Ja, ja. Das haben wir alle gerettet. Jetzt schickst du uns alle weg. Willst du mich verarschen? Yay! Darf ich Schach spielen? Ich muss Schach spielen. Okay, wie kann sie die Flöte betätigen ohne Kopf? Das war die Kalaussage. Oder Trompete spielen ohne Kopf. Ach, komm, gib uns doch einfach das letzte Stück. Was willst du noch Publikum finden? Noch was? Dauert das lange mit dem Publikum finden, Kollege? Ich würde sagen, ja. Deswegen machen wir hier jetzt erstmal wieder einen Cut. Das sieht so merkwürdig aus. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Falls ihr es noch nicht getan habt, lasst uns ein Abo da, aktiviert die Glocke und über Likes und Kommentare. Würden wir uns riesig freuen und bis dann. Ciao.